Ja, hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Ganni. Und ja, nach längerer Zeit werden wir uns doch mal wieder mit Desi beschäftigen. Und ihr seht jetzt gerade noch meinen wunderschönen Haha-Desktop hier im Hintergrund. Ja, lange, lange ist es her, die Pause zumindest on-stream bei Desi von mir. Ich habe natürlich immer zwischendurch mal bei Desi reingeguckt und heute möchte ich euch mitnehmen, weil heute ein entscheidend guter Tag ist, weil die 0.63 Experimental ziemlich sauber läuft gerade. Und ja, da dachte ich mir, es bietet sich an, das einfach mal kundzutun, wie das alles so abläuft, was da jetzt rein theoretisch für Neuerungen sind etc. Einfach mal reinschnuppern, bevor es dann jetzt irgendwann demnächst, demnächst in Anführungsstrichen, dann in die wirkliche Beta geht und wir dann im Endeffekt ja mit dem Experimental-Kram weiterspielen. Beziehungsweise, dass er dann in die Stable geht. Ein CZ61 Magazin, ich raste aus. Die haben in der, das ist halt, diese unlogische Kram, die haben in der Police MPs rumliegen und CZ... Oh mein Gott. Ich habe nichts gesagt. Okay, gut. Okay, gut. Okay, da haben wir es wieder. Oh, fuck, sind die schnell. Scheiße, ich bin für ein Bull. So ein Schwachsinn. Moin, Benny. Tot. Das ist Daisy. Oh Gott, leck mich am Arsch, Mann. Die zwei Zombies haben mich zu hart behakt. Und ich war kurz davor, die Waffe zu laden. Dann wäre das kein Problem mehr gewesen. Jetzt hat der die Ausrüstung. Oh, hier sind Baracken. Da kann man guten Blut finden. In den guten Baracken. Ja, halt die Augen offen. Ja, halt immer die Augen offen nach Gegnern. Ohne Mist. Hier sind safe. Paar Leute. Ja, ich leg mich kurz hin. Hört wo auch. Lull. Achso, mein, ich wollte gerade sagen, meiner will sich mit der Mädchacke nicht hinlegen. Ja. Alles schießen, was sich dann bewegt, ne? Hier ist eine Tür offen. Wir sollten dann grob beieinander bleiben. Nicht, dass wir uns auszusehen selber erschießen. Passiert halt auch immer alles. Okay, ich habe eine gute Reste. Ich gehe weiter. Okay, da kommt wieder das erste Gefängnis. Das ist, glaube ich, das. Schüsse, auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach ist er. Ja, ich sehe es. Ich muss mich abducken. Ja, Digger. Du Täter. Geh durch. Da kommen noch mehr Zombies. Er schießt gleich auf dich. Ne, warte. Habe ich ihn? Ne, ne. Er ist oben. Da kommen noch ein paar Zeugnis. Er hat geschossen. Aber nicht auf mich. Doch, auf mich. Ne, auf mich. Ich bin nämlich gerade da und vorbeigelatschen. Bleibt er da oben? Bist du hinter mir, ja, ne? Ja, ja, ich bin hinter dir. Digger, der kann nicht easy hitten. Nein, kann er nicht, weil er da oben ist. Da, Ronny, du machst richtig. Ja, ja, beobacht du mal weiter. Ich gehe mal hier ins Haus rein. Vielleicht habe ich einen guten Blick dann aufs Dach. Weißt du, was ich meine? Geh mal ganz nach oben. Er ist unten im Gebäude. Es ist unten. Das sieht so aus, als ob der rauskommen will. Ich weiß nicht, ob du hinten halt noch rauskommst. Warte, ich bin safe hier eigentlich. Ja, ich stehe halt draußen. Du gehst jetzt in ein Gebäude rein, oder was? Den unten. Hast du ihn unten gesehen, ja? Schießt er oder du? Ich glaube, ich habe ihn. Einer ist dort. Einer ist dead. Einer? Es ist doch nur einer. Ne, es sind zwei. Zwei sind oben. Ja? Ja. Ja, stimmt. Einer bewegt sich noch. Kannst du das sonst beobachten? Sonst verschiebe ich mich auch einfach mal. Ja, ich beobachte es gut. Ich beobachte es gut. Gut. Du beobachtest du? Du bist wo drin? Hier in dem Gebäude, oder was? Genau, einfach oben drinnen. Okay, du bist oben drinnen. Okay. Auf der Seite sehe ich keinen. Ich würde mich einmal komplett rumverschieben, um zu sehen, ob die hinten raus können. Ja? Du gehst links jetzt lang und dann... Ja, ich gehe einmal ein komplettes U laufen. Der ist im mittleren Haus jetzt. Einer ist im mittleren Haus. Im mittleren Haus? Ist in der Mitte. Links gleich daneben von. Ne. Äh. Doch, da ist es. Dann konnten die hinten raus. Ja. Ich sehe ihn. Zombie, fuck. Ist nur ein Zombie. Alles gut. Der kommt rausgestürmt? Der rinnt raus, ja. Der rinnt raus. Weißt du, wo er ist? Ne. Er ist hier hinter dem Tank, glaube ich. Warte, 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 warte. Mann, Junge, es wagt. Da, wo wir vorher waren. Da ist er. Kann ich rauskommen aus der Baracke? Da ist er. Scheiße. Er ist hier. Hast du ihn? Nein. Komm zu mir, komm her, Rian. Komm in die Baracke reingeladen. Ja, bin ich. Bist du drin? Ich bin drin. Ich renne nur nach hinten durch. Good job, good job, good job. Ah, hey. Komm nach oben, komm nach oben, komm nach oben, komm nach oben. Warte, ich muss jetzt gucken, er hat nicht nachgeladen. Ich muss kurz das Magazin rausmachen. Der könnte auch oben da reinkommen, ne? Durch diese Treppen. Ich weiß. Wenn er durch die Treppen reinkommt, habe ich ihn, okay? Schau du unten lang. Alles und ich da oben. Ja, unten sind die Fenster. Hier kann ich nicht bleiben. Okay, dann komm, dann komm hoch. Komm her. Ich bin oben, ich weiß nicht, wo du bist oben. Ich bin hier links im Raum, genau. Ich dachte, dir ist gerade eine Tür auf. Ich höre was. Ich bin geslided gerade. Er macht hier die Tür, er macht hier die Tür auf. Er ist tot. Hab ihn, hab ihn. Ja, wir haben ihn beide. Ich hab ihn, warte kurz. Ich leg mich hin, ich muss mich verarzen. Noch nicht looten, noch nicht looten. Er hat mich nicht getroffen. Was? Echt nicht. Nein. Aber ich bin offen. Ich hab keine Munition mehr. Doch, ich hab noch Munition. Ja, dieser Versuch war RIP, Junge. Würde ich dir nur mal sagen. Das war schwein. Ich bin, dass du gerade, dass du auch geguckt hast, da im Flur. Ja, das war einfach gut gemacht von uns beiden, aber auch. Du hast ihn abgelenkt, so. Ich schließe mal kurz die Tür. Ich glaube, der hat auch nur gedacht, dass wir jetzt nur einer sind, weißt du? Ja. Einen guten Rucksack. Ich hole nochmal einen guten Rucksack von unten, okay? Die UMP, hat die noch ein Magazin drin für dich? Brauche ich. Hier ist ja alles Mögliche drin, ne? Zwei 25er UMP, Max. 7,62x39, noch eine UMP im Rucksack? Der hat halt echt kranken Shit gehabt. Ja, scheiß drauf, ich komm mit. Wo genau? Auch ein Netz querfelt ein. Ja toll, ich werde angeschossen. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ja, auf dem Warten sind wir. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Tot. Wie ich keine Chance hatte, es war so verpackt, ne? Ich konnte nicht mehr rennen, es war so lecky. Ach, keine Ahnung, kein Bock mehr auf Daisy. Ich wusste, dass das passiert. Deswegen habe ich gesagt... Ich wollte halt rechts lang gehen. Aber du warst halt lahm, dann wollte ich ein bisschen links bleiben und so. Hätte eh nichts gebracht. Quer übers Airfield, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dass wir quer rüber gehen, ist schon ein bisschen, ein bisschen mutig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020